Hallo Klickenabendler! Wir sind auf der Spiele in Essen 2024. Neben mir ist ein altbekanntes Gesicht, Steffen Mühlhäuser. Hallo Steffen. Hallo, grüß dich. Wir sind aber nicht bei Steffen Spiele oder zumindest nicht mehr, so wie ihr es kennt. Steffen Spiele, Steffen Spiele. Das Logo gibt es noch. Den Namen gibt es noch. Fast alle alten Spiele gibt es noch. Fast alle alten Spiele gibt es noch und es gibt auch neue Spiele in der Art, wie ich sie immer gemacht habe. Das war ja so ein bisschen auch die Idee, dass HW und Helvetik einfach gemerkt haben, ihr Programm passt gut zu meinem und sie haben auch Lust gehabt, Spiele jetzt mit Holzanteilen in der Linie weiterzumachen. Weil Helvetik selber ist ja eher, also nicht zwingend Spiele mit Holzanteilen und das passt jetzt einfach als Segment hier dazu. Und wir haben sogar eine dedizierte Redakteurin dafür eingestellt, die Annelie, meine ich. Annelie, genau. Annelie Ganser. Genau. Wir haben hier die Neuheit. Xock. Schock. 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 Das ist irgendwie mexikanisch und heißt High. Deswegen sagt man Schock. Okay. Ja, das weiß kein Mensch, aber man soll halt so, man könnte es auch Xock sagen. Das funktioniert trotzdem. Wie ganz viele Spiele von Steffen Spiele für zwei Personen. Sehr schnell gespielt und garantiert ein lustiger, abstrakter Kniff dort enthalten. Das Spiel ist hier aufgebaut und es würde wirklich alles beibehalten vom alten Flair, weil das kennt ja auch noch von Steffen Spiele diese guten alten Matten, damit sich die Spiele gut transportieren lassen. Und hier ist das Spiel aufgebaut. Wie funktioniert das denn und was ist das Ziel? Okay. Also das war ja gerade eine Partie, die wir gespielt haben. Jetzt nehmen wir das nochmal auseinander. Das Ziel ist eine Gruppe zu bilden von zusammenhängender, also zehn Steine deiner Farbe zusammenhängen. Das ist das Ziel. Wie in vielen Spielen ähnlich, aber hier hat es halt auch ein bisschen komplexeren Hintergrund. Es gibt, man sieht zwei verschiedene Charaktere. Diese hier, das sind die Haie und das sind die Fische. Also man muss sich halt vorstellen, das ist so ein Piranha oder sowas. Und die Haie, die sind noch speziell unterschieden in ganz böse Haie, die haben zwei Mäuler sogar. Und mittelböse Haie, die haben nur einen Maul. Natürlich Haie fressen Fische. Jetzt nehmen wir das nochmal auseinander und kurz spielen es mal an, damit ihr seht, wie das funktioniert. Jeder Spieler hat den selben Satz an Haien und Fischen. Und wenn du dran bist, spielst du entweder zwei Fische oder einen Hai. Fische werden immer paarweise gelegt, Seite an Seite. Und wenn ich jetzt ein Hai spiele, also ich mache das jetzt mal in einem relativ frühen Stadion, um das zu zeigen. Das wäre vielleicht jetzt nicht so gut, aber ich mache es trotzdem. Der Hai, wenn der sich jetzt hier hinlegt mit seinem Maul zu diesem Fisch, dann frisst er den Fisch und er geht zurück zu ihm. Und der würde auch zwei Fische fressen, wenn die hintereinander wären? So nicht, aber er kann zwei Fische fressen und zwar indem er sich auf einen drauf stürzt. Das kann der auch. Der Superböse, der frisst erstmal den Fisch unter ihm und den vor ihm. Okay. Also in dem Fall tatsächlich wären beide Fische weg. Und das darfst du jederzeit machen, auch drauf? Das darfst du jederzeit machen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Du musst auch nicht immer alle Fische fressen, du kannst halt einfach die, die dir passen, fressen. So, er fängt wieder an mit seinen Fischen, ich auch. Und man versucht natürlich seine Gruppe schön zusammenzuhalten, um nachher da hinzukommen, dass man Zehen hat. Und natürlich hat man nicht beliebig viele Haie, also diese Superaktion kann man nicht allzu oft machen. Ja, man hat schon ordentlich Haie. Also ich muss die mal hier sortieren, damit man sieht. Aber natürlich ist der Hai eine wichtige Persönlichkeit und wenn du keine Haie mehr hast und der andere hat noch Haie... Ist das blöd? Ist das blöd. Ja, so habe ich eben verloren, weil er hatte noch Haie und ich nicht mehr. Und da war dann natürlich auch... Es geht relativ schnell, wie du siehst, dass man... Das sind jetzt sieben, die du zusammen hättest? Genau. Er musste jetzt noch nicht agieren, aber er agiert. Ach so, weil der in beide Richtungen auch frisst. Okay. Es gibt verschiedene, also die können auch... Dieser hier, der frisst zum Beispiel... Links, rechts. Links, rechts, ja. Und die Tendenz ist immer, du siehst ja, er versucht es jetzt auch meine Gruppe zu separieren. Und seine Gruppe irgendwie zusammenzuhalten. Was kann ich tun, was kann ich tun? Ich frisse mal die zwei hier. Wie sehr warst du jetzt hier noch daran beteiligt? Wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich war letztes Jahr noch, also die Autoren, das sind zwei Brüder, die haben uns das vorgestellt, letztes Jahr hier auf der Messe. Und da war die Entscheidung eigentlich relativ schnell klar. Also ich habe das jetzt nicht... Ich kann definitiv keine wirklichen Entscheidungen fällen, aber ich kann mit auch zustimmen zu einem Spiel und kann beraten, kann auch selber Spiele vorstellen. Julien, der Autor von Ringo und Volterra, hat auch wieder ein Spiel vorgestellt. Also ich bin schon noch irgendwie so ein bisschen... Ist noch im Hintergrund als Beratung irgendwie noch da. Und jetzt hier auf der Messe sich als Erklärer. Als Erklärer, ja. Also ganz ohne jede weitere Funktion. Zwei, vier, sechs, acht, neun. Jetzt muss er wieder fressen. Ja, sonst klappt das nicht. Aber er frisst ordentlich, wie man sieht. Und hat dann selbst drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, hat auch neun. Ja, das heißt, ich muss jetzt auch wieder fressen. Also das Spiel zwingt dich zu einer gewissen Aggressivität, würde ich mal sagen. Natürlich will ich irgendwie so fressen, dass ich möglichst auch meine Gruppe wieder zusammenhalte. Wenn ich jetzt hier fresse, dann habe ich nicht so viel davon. Das ist das erste Steffen-Spielespiel in einer anderen Boxgröße, was mir gerade auffällt. Und tatsächlich, was kein Holzbrett quasi dann hat, sondern so einen bedruckten Plan. Es hat einen bedruckten Plan. Da war ich am Anfang auch nicht so ganz überzeugt davon, weil ich kenne bedruckte Pläne. So, vier, sechs, acht. Okay, ich habe mich aufgepasst. Nur weil ich mit dir rede, wenn ich jetzt hier spiele. Ja, der Vorteil von diesen bedruckten Plänen manchmal ist, so kenne ich das aus Mittelalterspielen. Du kannst auch so Beutel machen aus Leder mit Bedruckung und kannst dann zusammen so. Ich bin jetzt kein Fan, weil normalerweise ist es so, dass diese, es gibt auch so ein Plastikmaterial, das rollst du. Und wenn das wieder hinlegst, dann gehen die Ecken so. Ja, ja. Das ist immer blöde zu spielen, aber das ist tatsächlich ein Ökotex-Stoff, der sich eigentlich immer schön plan hinlegt. Und aus Gründen der Minimierung von Platz und Spielbretten, sowas ist der optimal, weil der passt jetzt hier in diese Kiste mit rein. Und habt natürlich auch einen anderen Beißperspekt, wenn das jetzt ein Holzplan drunter wäre. Genau, ja. Okay. Dann danke ich dir vielmals für das Interview. Ich hätte jetzt gerade nicht erwartet, dich dieses Jahr zu treffen. Es geht mir das Herz innerlich auf, auch wenn man es nicht merkt. Es freut mich auch, dass ich jetzt in dem Moment da war, wo du gekommen bist. Und wünsche dir noch eine traumhaft gute Messe. Ich auch. Hast du Zeit gehabt, jetzt mal über die Messe zu schlender, was du sonst nie hattest? Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Hast du das Stairs gesehen als Holz-Fanatiker hier von Alphacet Games? Riesenaufbau mit Holz-Treppen und riesig Großes. Direkt eine Halle weiter. An der 4? Ja. Okay, ich geh mal hin. Solltest du als Holz-Fanatiker. Okay. Dann danke ich dir für deine Zeit. Gerne. Und vielleicht doch nochmal bis zum nächsten Mal. Bestimmt, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.